Im Ami-Land sehr bekannt und kam erst recht spät, halt hier in Europa, zur Geltung, ne? Ja. Ja, wie war Penny Arter, war aber auch so ein Scheiß. Das war so ein... Warum? Neee, aber warum? Ey, war so ein bisschen komisch... Neee. Bäh. Ich hab das mal kurz für meine Kids... Weil das gab's irgendwann... Ich glaub den zweiten Teil gab's als... Genau, umsonst. Und da hab ich das mal meinen Kids gezeigt und die wollten mal irgendwie... Was? Boah. Ja, ble... Nö. Nee, Sniper will ich nicht. Sniper wird, find ich irgendwie blöd. Ich nehm... Warte mal, was hab ich hier? Ja? Perfect Dark war ja auch so ein... Ganz, ganz bekannte Spiel von... Von Rare. Nö, das Zero war auch nicht so toll, aber die N64-Version von Perfect Dark war halt sehr gut, ne? Das war so... Die ist da auch mit bei, ja. Ja, aber das war halt... Das war revolutionär damals halt, ne? Was zumindest Shooter... Shooter auf Konsole angeht. Genau, genau, genau. Das war schon selten. Wieso hast du ein Fahrzeug und ich nicht? Aber heute... Ja, das war schon mal verkehrt, man kommt hier über... Was? Das sind ja Pro-Tipps. So, da hinten ist ein Wraith. Den mach ich jetzt mal mit dem Granatwerfer fertig. Ah, ne, warte mal. Erstmal... Ja, wir bleiben aber kurz mal... Nee, wir bleiben kurz mal im Hintergrund. Im Hintergrund, weil hier werden nämlich schön viele... Gegner fertig gemacht. Ja, das war schon. Ja, ich wollte ja gerade mal den Wraith fertig machen. Da ist er noch, da ist er noch. Bams. Einmal. Zweimal. Dreimal. Boah. So, der ist tot. Scheiße, ich bin gleich weg. Komm, Fenster. Ich bin gleich weg. Ja, einer ist schon mal weg. Ich muss hier noch ein bisschen Deckung suchen. Warte kurz. Es gibt keinen Runbug. Ich bin tot. Kann ich da bei dir eigentlich mit... ...mit aufspringen? Nee, ne? Das geht nicht. Ne. Ich schleiche mich mal von rechts an. Aber ich habe jetzt auch keine Waffe, wo ich da... ...großartig was ausrichten kann gegen den. Ja, ich... Ja, ich versuche da gerade mal wieder hinzukommen. Ah, da sind aber zwei Banshees. Warte mal, soll ich mal in so eine Banshee einsteigen? Äh, nein, der kommt. Er schießt schon auf mich. Er schießt schon auf mich. Er schießt schon auf mich. Haha. Warte mal. So. Pass mal auf. Bist du schon tot? Ich lebe sowas von. Und ich habe meinen Grenade-Launcher wieder gefunden. So, einen noch. Jetzt. Bums, der müsste weg sein. Gut. Danach bräuchte ich eine Zigarette. Hier ist ein unsichtbarer. Hier ist ein unsichtbarer. Ah. So. Der ist weg. Ich komme hier gerade nicht weg. Nee, ich bin tot. Wenn man hier im offenen Feld rumläuft. So, jetzt. Ja. Aber natürlich ohne Granatwerfer. Und ich bin schon wieder tot. So, jetzt. Meine Fresse. Ich bin doch da außer Explosionen rausgegangen. So, ich esse da mal so Nacho-Chips. Hm. Hörst du das? Hm. Hm. Gut. Hm. Na, Munition. Ich kann mal versuchen da eine. Ja, ich habe eine Granate. Also. Ja. Na, ich bin schon wieder tot. Weil da ist ja sofort das Schild unten. Da ist sofort das Schild unten. Und man hier. Nee, von mir. Könnte ich da reinlaufen. Ich glaube, wir haben einfach... Wir haben mehr Sinn als Verstand. Oder mehr Glück als Verstand. Dass wir das hier noch ohne... Jackal. Das war er letzter? Okay, also ab in die Benchies jetzt. Ich muss ja sagen, wenn man halt so links und rechts fliegt, das ist nicht so das Problem. Aber hoch und rot, da ist immer so die Sache. Ja, ich kann nicht landen. Oder jetzt? So. Und. Einmal aussteigen. Ja, ich bin total rund. Hm. Ich war auch tot. Sehr schön. Ich versuche jetzt einfach mal gleich zu landen. So. Ich bin hier im Eingang, ja. Und gleich kommt die epische Zwischensequenz. Boah, die halten aber auch was aus Ja Ach, wir hatten wieder grad so'n, so'n, so'n Respawn Hä? Was war denn das jetzt? Ja, aber ich bin gerade totge- ich bin gerade totgegangen, deshalb wundern mich das gerade ein bisschen Oh, let's get out of here Oh mein Gott So, Chips, Chips stehen bereit Hm Nö, nö Der wird genauso versifft aussehen Aber ganz ehrlich, das einzige elektronische Gerät bei mir hier in der Wohnung, wo ich sehr 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 darauf achte, dass das halt nicht versaut aussieht, ist meine Playstation Vita Ja, ganz ehrlich Ja, jetzt gerade eben Two Betrayals Ja, mach mal, geh mal weg, ich muss eh eine rauchen Also ich geh einmal auf den Balkon Alles klar Ja Oh 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 Bye-bye 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.